Wer gründet eigentlich VV GmbHs und was muss man mitbringen, um von den Steuervorteilen profitieren zu können? VV GmbHs oder Vermögensverhalten der GmbHs sind definitiv nicht für jeden was. Wer aber gründet denn eigentlich so eine für sein Vermögen? Um das Ganze auch mal mit Zahlen anzureichern, haben wir uns aus unserem Kundenstamm mal 1000 Gesellschaften anonymisiert angeschaut. Für die von euch, die sich das nachher einmal nochmal alles durchlesen möchten, das ist auch ein großer Bestandteil unseres Trading Reports, den findet ihr in der Videobeschreibung. Die verschiedenen Datenpunkte, die wir uns heute mal anschauen, sind 1. Wie viele Gesellschafter hat denn eigentlich so eine GmbH? 2. Wie alt sind die Gründer oder Gründerinnen? 3. Aus welchen Bundesländern kommen die denn eigentlich und was sind so die bekanntesten Postleitzahlen? 4. Wie viel Geld die im Depot haben? 5. Was sind so die Charakterzüge, die wir unserer Meinung nach erkennen? Fangen wir gleich mit der Gesellschafterstruktur an. So, wie ihr hier sehen könnt, hat der Großteil nur eine, also 61% haben einfach einen Gesellschafter, einige zwei und sehr wenige drei oder mehr Gesellschafter. Ja, da sind es ja nur 4,5 und 1,5% von den 1000, die wir uns angeschaut haben. Die zwei Gesellschafter, hier die 33%, die kommen meistens daher, dass es sich um ein Ehepaar handelt, dass ihr Vermögen eben gemeinsam verwaltet. Hier wird übrigens auch nicht berücksichtigt, wie viele Prozent die jeweiligen Gesellschafter haben und es können natürlich auch mehrere die Geschäftsführung haben. Ja, also ein Gesellschafter muss auf jeden Fall Geschäftsführer machen, aber es können ja auch mehrere geben. Das heißt im Fazit, dass die Vermögensverwaltung der GmbH hier sehr stark von Einzelpersonen, aber auch von Ehepaaren genutzt wird, um ihr Vermögen weiter aufzubauen. Als nächstes schauen wir mal aufs Alter. Wir werden ja auch oft gefragt, ob es nicht eigentlich schon zu spät ist, eine Vermögensverwaltung in der GmbH zu gründen, wenn man über 50 ist. Dazu mehr gleich und auch die jüngste und älteste Person wird euch wahrscheinlich überraschen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Was ihr hier sehen könnt, es ist schon ganz klar, dass der Großteil hier im Mittelfeld liegt, aber ich habe ja gesagt, es wird euch vielleicht überraschen. Also es gibt deutlich auch einen Prozentteil, der unter 30 Jahre ist und einen kleinen Prozentanteil, der auch über 70 ist. Der jüngste Kundin oder Kundin ist 19 und die älteste Person, die ich persönlich sogar mal am Community-Event von uns getroffen habe, war zum Gründungszeitpunkt 79 Jahre alt. Man kann hier also das Sprichwort anwenden, das Alter ist nur eine Zahl. Bevor wir uns jetzt die Bundesländer genau anschauen, mal kurz die Frage an euch. Was denkt ihr denn, wer an Nummer 1 ist und was denkt ihr, wer denn das Schlüsslicht bildet? Passiert gerne kurz das Video und schreibt es in die Kommentare, bevor wir alles auflösen. Fertig? Schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr seht, an erster Stelle ist Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg mit 19 Prozent und dann kommt NRW mit 14 Prozent und das sind auch mit Abstand eigentlich die Top 3. Ganz hinten sehen wir Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Bremen, Hamburg und Berlin sind ja etwas Besonderes als Stadtstaaten. Hier ist Berlin natürlich mit den ganzen Unternehmern und der Größe der Stadt, der mit ein paar Millionen Einwohnern natürlich etwas weiter vorne. Ansonsten kann man natürlich auch ganz klar die industrie-starken und reichen Bundesländer an der Spitze sehen. Hier haben wir mal die ganzen Postleitzahlen angeschaut, um eine Deutschlandkarte zu erstellen. Hier sieht man, dass es schon weniger geballt ist. Bis auf zwei dunkle Flecken, nämlich hier im Osten und hier im Nordosten, ist es schon sehr stark verstreut. Hier finde ich, sieht man auch mal gut, dass in Deutschland viel Vermögen auch außerhalb der Städte liegt. Das ist in anderen Ländern oft nicht so. Wer viel reist, hat das vielleicht auch schon mal gemerkt. Mich würde mal interessieren, bevor wir uns jetzt das Vermögen anschauen, ob euch bis hierhin was überrascht hat. Wenn dem so ist, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Kommen wir hier also zum letzten Punkt oder zu den letzten zwei, dem Vermögen und den Charakterzügen bzw. dem Wissensstand. Ganz kurz zur Orientierung. Die drei Spalten, was wollen wir damit bezwecken? Wir wollen drei verschiedene Arten vom Investieren. Mal zeigen, also einmal den Neobroker, einmal etwas mehr Sophisticated, wie man schon sagt, mit uns in dem Fall. Und einmal ganz oben einem Established Private Banking. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber jeder weiß, glaube ich, wer so gemeint ist. Beim Neobroker kann man ja mittlerweile mit sehr kleinen Vermögen anfangen zu investieren, was ja echt super ist. Ja, je früher man der Skin in the Game hat, desto besser. An der Stelle ist natürlich keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlung. Das Investing-Know-how muss hier aber auch nicht unbedingt zu groß sein. Viele starten ja entweder mit Spielgeld oder gehen auch eben super breit auf den MSCI World oder ähnliches. Und um Steuern, Steuern-Know-how, um Steuern macht sich hier meistens auch noch keiner Gedanken. Für Riot jetzt als Synonym für die VVGmbH muss man schon mindestens 100.000 Euro mitbringen. Ja, oder eine sehr spezielle Situation mit entsprechendem Plan haben. Investing-Know-how, ja, da habe ich geschrieben, je mehr man hat, desto mehr lohnt es sich. Damit meine ich ganz einfach, wer die steuerlichen Vorteile der GmbH kennt, weiß, dass die Vorteile bei Einzelaktien oder Termingeschäften und Immobilien am höchsten sind. Was wiederum heißt, je mehr man sich damit auskennt und diese Assets nutzt, also nicht einfach, ja, in Anführungszeichen blind in große ETFs investiert, desto höher können auch die steuerlichen Vorteile sein. Steuern-Know-how ist hier extrem wichtig, ja, aber eben auch entscheidend und vorteilhaft. Bei Riot wird man hier bei allem mit an die Hand genommen und man profitiert auch von unserem Partnersteuerberater-Netzwerk. Bei der Sparte ganz recht hat man einfach eine extrem hohe Eintrittsbarriere, was das Vermögen angeht. Ich weiß, dass man hier auch mit 5 Millionen Euro einsteigen kann, wenn man sich aber nochmal 5 Millionen Euro von der jeweiligen Institution als Kredit nimmt. Ob man das so möchte, ist die andere Frage. Beim Know-how muss man sich nicht viel Gedanken machen, ja, dafür bezahlt man ja seine paar Prozent im Jahr an teure Berater-Fees. Hier ist super wenig Self-Serve, heißt, ja, es wird für einen gemacht, wobei man auch nicht unbedingt selbst viel lernt. Man bekommt seine Reports und bespricht die mit seinem jeweiligen Banker. Steuer-Know-how passiert halt, ja, was meine ich damit? Die Banker, die kreieren einfach das beste Setup für dich. Auch da muss man sich eben nicht viele Gedanken drum machen. Eine Zahl fehlt uns jetzt allerdings noch, nämlich das durchschnittliche Depot-Volumen eines Riot-Depots oder eines Kunden bei Riot. Da liegen wir bei ca. 200.000 bis 250.000 Euro über alle Depots. Ja, man kann ja als GmbH auch mehrere Depots eröffnen bei verschiedenen Brokern. Kommen wir zum Fazit. Wer sich also in der mittleren Spalte sieht und über die Gründung einer VV GmbH nachdenkt oder schon eine hat und dafür noch eine bessere, optimalere digitale Betreuung sucht, dann profitiere von unserem ganzen Wissen und von unserer ganzen Erfahrung mit über 1.000 gegründeten GmbHs und mit über 1.500 in der Betreuung. Lad dir dazu einfach den Report runter oder buch am besten einfach gleich ein kostenloses Informationsgespräch über unsere Webseite oder über den Link in der Videobeschreibung. Da kannst du uns in 15 Minuten alles fragen, was du wissen möchtest. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis dahin. Ciao.